Guten Morgen! Wie? Was ist da immer? Wie? Der Zwanziger ist der Töntel. Arbeit mit! Komm her! Schuhe! 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Schuhe! 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 Für mich eigentlich Finale England gegen Italien. Ja, denke ich auch. Und Scheiße ist nur, oder was heißt? Flugi hat natürlich gleich wieder Angst aus England. Auch jetzt zwei scheiß Pleniere gespielt, ne? Also zweimal früh rausgeschieden. Da hast du vielleicht auch irgendein Verständnis, wenn der dann sagt, na gut... Der war der einzige gegen Ungarn, wo der Doppelpass geklappt hat. Also ich fand ihn nicht so schlecht. Der macht doch keine Bude, ey. Ach sie! Ach sie! Den haben wir als Innenverteidiger geholt. Ja. Der war Stürmer? Na ja, der soll wohl Innenverteidiger spielen bei denen. Bei denen. Die haben den einen noch nur Stürze gegeben. Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! An diesen rolligen Kunstrasen platzt noch. Doch, letztes Jahr klar war mir letztes Jahr ein Kunstdorf Aber da war das nicht. War das nicht. Das war eine schöne 4-1. Meine zweite Autospiel war auch herrlich, also bei der ersten war das 600-500 l. Da war aber... Wie ist der jetzt? 24? 24 ist Silas. Ja, Silas! Ja! Achso, das ist der! Ich glaube, gleiche Höhe muss in Brandenburg. Fühler, Abschuss. Hinten, links. Ja, den kriegt er. Den muss er. Und dass du Simon reinhalten konntest. Na, jetzt! Ja! Das liegt ja nicht! Ja, der sieht in Brandenburg war ja dann, dass das aufsteigen konnte. Nee, jetzt fliegt noch eine höher, ne? Dann ist Liga. Verband! Jetzt aber! Ach, Leute! Jetzt rein! Schnell vor! Ja! Wir wollten ja sowieso nicht. Ich glaube, wenn sie aber erst... Könnte man auch sagen, schöne Ausrede, Leute! Was ist denn das? Sie sind aber, wie ich sage, klanglos abgestiegen. Komm! Jetzt aber! Wenn nicht! Jetzt reicht's aber langsam nicht. Ja, das wird wieder nichts. Oh, Leute! Ja, was haben Sie hier gesagt? Wir stellen den Lautsprecher genau vor meinen Gäste. Jetzt! Lauf durch! Das wird wieder nichts! Das wird wieder nichts! Ach, Mann, das wird wieder nichts. Nein, nein, nein! Sorge! Nein, läuft noch! Aber die klatschen doch jetzt schon an! Ja, ja! Die klatschen schon an! Ja! Aber die wussten schon, was Phase ist! Ja, ja! Sorry, Tom!